Eine kleine Frage, die zu verschreiben, nicht zu lief, wunderschöne Festival, passt wie der Angst auf den Eimer. Feiert ihr gerne? Ich frage, feiert ihr gerne? Was ist mit euch dahinten? Wunderbar. Das nächste Stück heißt Wie Balavida. Eine kleine Kneipengeschichte, morgens um 6 Uhr, aus dem Brenzlauer-Werke, Berlin, wird man aus einer Kneipe rausgeschmissen. Warum? Wird gleich erzählt. Wir brauchen eure Stimmen. Viva! Na, Viva! Es reicht mir nicht. Viva! Na, Viva! Der Rest ist schnell erzählt. Der Himmel, blanke Putz und leer, Laufen fällt mir viel zu schwer. Laternen gehen langsam auf. Frühmorgens auf dem Weg nach Haus. Der Sonnenblatt, der Sonnenblatt, legt sich zu hoch. Ich schmeiß die Tür zu. Viva! Ja, so ist das Leben. Wir ändern sich in der Welt in Laum. Ein Klässchen noch. Ja, dann reicht es auch. Um 6 Uhr schon war die Sonne auf. Derselbe Trott, Tag ein, Tag aus. Und später an dem Schrein um 7 Uhr, da bleib ich lieber liegen. Viva! Ja, Viva! Ja, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Viva! Ja, Viva! Ja, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Untertitelung. BR 2018 Viva la vida y amor esta sede. Viva la vida y amor esta sede. Aplausos